Stille. Keine Fische. Ich traue dich nicht. Okay, sammle das mal ein. Wo ist die schon wieder hin? Da. Ach, das dauert viel zu lange. Ich schlafe gleich ein. Komm, mach hin. Ja, und was macht ihr so? So, das war das Letzte. Jetzt aber. Los. Mach hin. Naja, 53 ist gar nicht so schlecht. Piep piep. Bestimmt irgendwas, was uns töten will. Wieso zieh mich alles hier unten. Was? Hey, Sonja. Hold on. So took it out. The trust is disabled. Ryan, Sonja, it's Chris again. Okay, let me know what he says. Ryan, I've logged into the Jellyfish ROV's debug system. It's running a couple of extremely suspicious programs. Alta Relay and AI Manager. Oh, boy. We have two options. I shut out the Relay and maybe Alta won't be able to fuck with our suits anymore. Or I can kill the AI Manager, which could be controlling the fish. Shit. We get one shot, Ryan. Forward to shut out Alta or backwards to kill the AI. The trust is enabled. Hmm. Alright. What was Chris saying? I lost him. He disconnected. Is he still trying to figure things out? Let's go. Ich bin mir nicht sicher, ob Alta die steuert. Over here, Sonja. Coming. Hey, Sonja. On my way. Oh, which way? Oh. Okay. Ich nehme an, ähm, diese Entscheidung, die ich jetzt mal treffen muss, die beeinflussen dann wahrscheinlich das, den Ausgang des Spiels. Ich nehme an, ähm, Ich nehme an, ähm, Ich nehme an, ähm, ich nehme an. Christ... Was mich da wieder total frustriert. Hier, jetzt haben wir die noch ein. Diese Unterwasser-Atmosphäre hat auch irgendwo gemacht. Okay, 68. Ich glaube, mehr kriegen wir hier auch nicht. Ähm... Ich schwimme jetzt einfach mal hier nach da oben. Das ist auch unsere Strömung wieder. Sie sammelt immer noch. Bis nicht wieder hin. Ich warte mal einen kleinen Moment. Da brauche ich noch was, warte, nehme ich das auch gleich mit. Ich werde es wahrscheinlich brauchen. Okay. Ja. So. Ich nehme mal an, wir ändern uns... Äh, wir ändern. Wir nähern uns langsam dem Ende. Wir ändern uns, je näher wir dem Ende kommen. Ich habe so lange mal eine Zweifel, ob es eine richtige Entscheidung war, das, äh, den AI-Manager auszuschalten. Ich trau dem nicht. Game saved. Oh oh. Cold. We are not dead yet. Yet. Das ist wirklich mal interessant, wie viele Kapitel das Spiel überhaupt hat. Ich spiele jetzt schon knapp drei Stunden. Ne, nicht ganz. Ich denke mal, da kommt noch einiges. Sind es jetzt normale Fische oder Fische, die mich töten wollen? Ich bin jetzt jetzt mal ein bisschen. Äh, schrapp das. Was ist das? Das ist ein tot Fisch. Sie sind... Wir sind weg. Was hat ihn töten? Wir gehen. Blah. Nope. Bestimmt ein größerer Fisch oder wieder eins von diesen Würmern. Ryan, good. You're moving. Chris. He's still okay. I was worried. You were right. Ryan, what happened to him? I'm finding that out now. It worked! Ryan, it fucking worked! I shut off the AI-Manager and bam! All the fish I could see just froze. They just stopped. Most unnatural thing I've ever seen. They haven't moved since. I don't know if they're dead, but they might as well be. He's still there. He's looking into the Jellyfish ROV. You better not break it. That's our navigation system. But here's the thing, Ryan. Out in the distance, I still see things moving around. The ROV must have a limited range. You know what that means? There must be more of these ROVs out there. If you see one, try to find a way to disable it. Be creative. Fucking blow it up. I don't know. Are there more of those ROVs out here? We only brought the one. And I would be surprised if Alta had left some behind. Maybe they'd have no other way. Who knows? I don't know. I feel like we're... Sonya, they're following us. What? Scavengers. Waiting for us to die. Hey, Sonya. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Ich traue nicht diesen Türmbälen hier. Lass doch bestimmt irgendwas drin. Sonya. Okay. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch den richtigen Weg gehe. Das ist ja ein riesengroßes Gebiet hier. Ich höre dieses Klicken. Oh nein. Das bedeutet nichts Gutes, ey. Was ist das da? Das sind ein Haufen Fische. Ich mache da, glaube ich, mal einen Bogen drumherum. Was ist das für ein Ding? Also, wenn du es nicht gelitten würde. Oh, okay. Hey, Sonja! On my way. Sonja, komm hier. Okay. Hm, ich nehme an, dass ich da rüber muss. Hm, großartig, noch mehr tote Fische. Es ist viel zu schnell. Das ist da, bei der... Es kann auch passieren, dass ich das... Entschuldigung, dass ich das Spiel noch mal neu starten muss, weil es freeze jetzt teilweise immer mal. Das ist schon langsam nervig. Hey, Sonja! Hold on! Das war schon wieder eine von diesen Börmern, war es das nicht? Ziemlich sicher, es war einer. Das verdammte Ding geht mir gerade auf die Nerven, das haut jedes Mal ab. Was machen? Schlimm das Ding da und hin. Sieht jetzt nicht so aus, als ob es irgendwelche Dabry gibt. Wie geht's es? Ja, das ist nicht so aus. Ich meine, ich werde immer noch nicht geschehen, aber wenn ich so lange dauern, in die Schmerzen kann, kann ich viel länger dauern. Keep forgetting, du bist ein Dabry. Ich weiß. Over hier. Okay. Oh, das ist mir hier zu still. Ich meine, da ist eine Strömung, aber... Störung, please. Game saved. Hunted. Trenches and Trees. Oh Gott. Oh Gott. Die gefällt mir schon wieder haupt nicht. Es kommt irgendwas Großes hinter uns her. Ich habe gedacht, das Spiel wird ein schönes Sightseeing. Nein. 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 Ich werde das schon wieder sehen. Tür. Das ist ein Schmerz. Das ist ein Schmerz. Ein Schmerz. Ein Schmerz. Eine Schmerz. Eine Schmerz. Was noch? Es wird schwer sein, in hier sehen. Ich weiß. Oh No shit How do we get through? We'll need to sneak by somehow Try not to make too much noise Ryan, I'm not even there I can't whisper If it makes you feel better though Let's go Okay Focus mode activated The question is Where is the danger? I'm going to stay between the trees I'm going to stay between the trees Whatever it should be Ha, there are they I don't know We just need to move on 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 Oh, a shock signal I'll take it Come on So a few minutes ago I got buzzed by a fish Ich habe mich direkt über meine Gesichter gesehen. Ich habe das Wasser bewegt. Und es hat einen fuckingen Tag auf ihn. Wie GPS-tracking-schutz. Alta hat sogar versucht es zu verwenden als ein Parasite, wie ein Cockroach. Isobond, das ist es. Ich habe das nie gesehen. Anyways, das ist wie sie alles kontrollieren. Fucking Wi-Fi-enabled isopods. Horsasig. Ist das der Ausgang? Oder lässt das den Ausgang sehen? Kommt ihr endlich mal. Das hat mir jetzt etwas mitgebracht. Okay, geht es nicht weiter. Schade. Gibt es nicht mal ein Secret oder sowas. Kommt mir das so vor oder wird meine... ...mein Visier immer mehr beschlagen? Ich schreibe schon wieder. Fuck that. Okay. Okay. Fuck that too. Okay, das ist ein Vale. Was aber auch nicht für diese Scheine. Wir sagen, dies nicht alle. Aber nicht für diese Scheine. Aber auch nicht für diese Scheine. Doch... Ich kann nicht nur glauben, dass sie versucht. Diese Scheine abweilen das von jedem zupten. Ich dachte, wir wollen es nicht herausfinden. Wir sollten nicht so gut finden, Wir werden nicht solche Drones beginnen. Oh Gott, da kommen ja noch mehr Spiel, lass es sein